Yoga Mudrasana, die Stellung des Yoga-Siegels, gehört zu den besonders wichtigen fortgeschrittenen Yoga-Übungen, die helfen, den Geist nach innen zu richten und das Prana zu zentrieren. Raffaella zeigt, wie es geht, zunächst einmal die Grundstellung. In der Grundstellung kommst du erst zum Lotus, Padmasana. Dann überkreuzt du die Arme hinter den Rücken und fasst mit den Händen an die Füße. Das nennt sich dann Bandha-Padmasana oder auch Badha-Padmasana. Und von hier beugst du dich nach vorne. Du fasst natürlich mit den Fingern um die Füße herum. Und dann beugst du dich nach vorne und das ist jetzt Yoga Mudrasana, das Siegel des Lotus, des Yoga. Mudra heißt Siegel, heißt auch Symbol und Yoga heißt Einheit und Vereinigung. Diese Stellung steht dafür, du verbindest Hände mit den Füßen und du verneigst dich, was ein Symbol ist. Alles verbindest du und in Demut und Hingabe. Yoga heißt Vereinigung, Yoga heißt spirituelle Praxis, Yoga heißt aber auch Hingabe und Loslassen. All das steckt in dieser Stellung. Yoga Mudrasana ist auch eine gute Massage für die Bauchorgane. Gerade in dieser vollen Variation drücken natürlich die Fersen in den Bauch hinein. Es ist eine gute Übung, um die Wirbelsäule lang zu machen. Die Stellung hilft, das Prana an die Sushumna zu bringen. Die Stellung macht den Geist ruhig. Yoga Mudrasana gehört auch zu den meditativen Stellungen und zu den Pratyahara-Stellungen, welche das Prana, die Lebensenergie und auch die Sinne nach innen bringt. Yoga Mudrasana kann gut gemacht werden, zum Beispiel vor der Meditation oder auch, wenn du in der Meditation müde bist, kannst du auch eine Minute in Yoga Mudrasana gehen. Anschließend bist du wieder wach. Es gibt jetzt noch verschiedene Variationen von Yoga Mudrasana, die nicht so fortgeschritten sind. Raffaella zeigt auch diese. Weniger fortgeschrittene Lotus-Variationen von Yoga Mudrasana. Zum einen kannst du aus dem Lotus Fäuste nehmen und die Fäuste zwischen Fersen und Bauch geben. Und dann beugst du dich nach vorne. Diese Stellung ist insbesondere möglich, wenn du einen guten Lotus hast, aber nicht den gebundenen Lotus kannst. Hier werden die Fäuste helfen, dass die Massage der Bauchorgane stark ist. Nächste Möglichkeit ist, den halben Lotus zu machen. Du hast also einen halben Lotus und du gibst die Fäuste und mindestens ein Faust zwischen Nabel und Bauch oder auch beide. Und dann beugst du dich nach vorne und auch das hat eine gute Massage der Bauchorgane zur Folge. Du kannst die Fäuste auch einsetzen, zum Beispiel aus den Knien. Es gibt zum Beispiel auch Vajra-Yoga-Mudrasana. Also aus dem Fersensitz gibst du die Fäuste zwischen Oberschenkel und Bauch und beugst dich dann nach vorne. Und auch das ist eine gute Massage der Bauchorgane und lässt die Wirbelsäule länger werden. Es gibt aber noch eine weitere Handhaltung. Das ist die Hände hinter dem Rücken falten. Raffaella zeigt es vielleicht jetzt erst mal aus dem Fersensitz. Du kannst die Hände falten hinter dem Rücken. Einfach nur falten und dich dann nach vorne beugen. Und dann entweder die Hände am Rücken lassen oder die Arme nach oben geben. Es wird dann auch genannt Utthita-Hasta-Vajra-Yoga-Mudrasana. Also mit aufgerichteten Armen aus dem Fersensitz in Yoga-Mudra. Du könntest jetzt auch noch die Zeigefinger ausstrecken, zur Decke hin. Und das ist dann auch wieder ein besonderes Mudra. Eine besondere Mudra. Gut. Diese Handhaltung kannst du auch in den anderen Variationen von Yoga-Mudrasana üben. Du kannst auch aus dem normalen Lotus, Padmasana, in diesen Yoga-Mudrasana in Baddha-Hasta gehen. Also aus dem Lotus, beuge dich nach vorne und die Arme nach oben, Hände gefaltet. Das kann genannt werden, Baddha-Hasta-Yoga-Mudrasana. Oder du kannst auch aus dem halben Lotus dort kommen. Und auch hier die Hände falten und dich nach vorne beugen. Das ist dann Baddha-Hasta-Ardha-Yoga-Mudrasana. Und du kannst natürlich auch aus der normalen kreuzbeinigen Stellung das machen. Was für jemanden, der den vollen Lotus ist, gar nicht so einfach. Also aus dem Schneider sitzt dich nach vorne beugen. Das wäre dann Sukha-Yoga-Mudrasana. Und du könntest natürlich auch sagen Utthita-Badda-Hasta-Sukha-Yoga-Mudrasana. So hast du also verschiedene Variationen von Yoga-Mudrasana. Verneige dich öfters im Bewusstsein, in der Tiefe deines Wesens bist du vollkommen. Und wenn du dich äußerlich verneigst, verbindest du dich mit der Vollkommenheit, die du wahrhaftig bist. Und du kannst dich öfters im Bewusstsein, in der Tiefe deines Wesens, 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 in der Tiefe deines Wesens. Und du kannst dich öfters im Bewusstsein, in der Tiefe deines Wesens, in der Tiefe deines Wesens, in der Tiefe deines Wesens.